Mein Name ist Günter Eder, ich bin Persontrainer. Unser Thema heute ist, was kannst du gegen Muskelkrämpfe tun? Was kannst du nun tun, falls dich mal ein Krampf doch ereilen sollte? Als Sofortmaßnahme kannst du den Muskel dehnen, wie auch den Gegenspieler. Nehme ich mal als Beispiel, ich habe in dem Bizep einen Krampf, kann ich den Trizeps anspannen, um hier eine Entspannung reinzubringen. Wasser, isotonisches Getränk mit den kleinen Schlucken langsam trinken oder auch Badenwickel oder auch Wärme wie Badenwickel, Sauna oder die bekannte heiße Dusche nach dem Sport können dir Abhilfe dann bringen. Damit du in Zukunft keine weiteren Videos verpasst, abonnier unseren Kanal, aktiviere die Glocke. Falls du Fragen zu diesem Thema haben solltest, schreib einen Kommentar, und über einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen.